Hoffentlich kommt er bald was auf mich zu. Na wie? Na wie? Oh, na wo? Ist bei dir nur ein Pätzle frech? Kommt ganz drauf ab, für wen? Ich heiß Moor. Ups. Sag mal, wo kommst du denn eigentlich her? Da nochs, das nochs. Ach, bei der alten Linde nochs. Ja, und wo kommst du her? Ich, von Preisgau. Offenlich. Sag mal, was machst denn du so beruflich? Ich war jetzt zehn Jahre lang hochprofessioneller Fachbärner. Aber, wir haben hier eine Wasserallergie gekriegt. Und man hat mir das Arbeitsamt umschulen empfohlen. Das bin die Blockstrecke. Ja. Das ist doch. Also, weißt du, ich, ich schaff schon seit zehn Jahren als Fagsandhex. Und in meiner Freizeit, da fuhre ich noch ein bisschen Maulstufe. Bist du, eine Leute? Ja. Schon seit über einem Jahr ist meine Relle. Hui! Waala! Jingle! In diesem Ostern gibt's zufällig lustig auf ein wenigачerin Schuppeln. Words, Es tut mal ein klanger Sound, ich schmalken. Mäh! Also, also, muss ich schon sagen,ich bist ein Geschmacksmeschgele. Fies bis an den Boden und Kügele. Vorsicht! Schelle, Schelle, Schelle. Also, du bist doch schon so ein schnarrer Gaggis heute aneinander. Nein, schützt. Na, los. Neue Todler, Mare. Um. Noch hochgesteckt. Nein, ich. Na, noch. Also, was sagt er? Bei mir läuft es nicht. Busse Räbler, Busse Kettler. Neu, neu, neu. Jetzt ist der erste Entscheider. Mein Fault! Mein Fault! Juhu! Tut mir leid. Ätschig, ätschig.